Siehst du nicht, wie ich die ganze Zeit hin und her laufe? Doch, ich sehe es hier rumlaufen, aber die Power-Rössung steht hier auch noch. Ich habe die aber an. Da, ich kann die sogar schlagen. Also siehst du mich, als hätte ich nichts an. Ja, ich habe die gerade an, auf jeden Fall. Und ich habe dauernd so Clipping-Fehler hier. Okay. Tja, neuer Plan. Ein neuer Bakt für Bethesda. Ja. Ich habe die Aufnahme auch gemacht. Nicht, dass ich jetzt meine Rüstung verliere. Na, wenn es ja anders ist, dann ist es ja also bei mir der Bakt. Naja, was soll's. Ja. Ja. Ja.